Ich seh ihn. Ich seh den Rocken. Das war letztlich nur Peter. Verfickter Scheiß, ich seh den Rocken. Jetzt gehts natürlich erstmal bergab, damit es wieder bergab geht. Hui! Ah, kalt, 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 kalt! Fuck! 53! Endlich mal ein bisschen Meter machen, ey. Das motiviert. Endlich mal ein bisschen Meter machen. Aber nicht mehr lange, dann gehts wieder bergauf. Und dann ist es stramm, nämlich so ein Blöder. Holy moly! Amen. der